willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem thorsten und ja ich habe mir ich habe mich heute schwer getan überhaupt einen titel für das zu finden was ich eigentlich für euch rüberbringen will aber es gibt ja noch so einen kleinen zweiten nebentitel nämlich 101 siege ja wir haben endlich die 101 siege gepackt irgendwie war so ein bisschen der wurm hier bei den herausforderern drin und wir haben irgendwie uns an unseren hundern einzelnen nicht schaffen wollen daran lagen sicherlich auch die klankriege gegen party land und gegen unseren deutschen klaren pupsberg hieß also noch mal glückwunsch an die clans und auch an die pupsberg hieß cooler cooler ck cool gerockt und schön gemacht aber jetzt den letzten aber 28 25 gewonnen sehr schick finde ich und gehen wir auch gleich mal rein so ein zwei kämpfe habe ich eigentlich immer mit im repertoire und ja wo dieses aha dort im thumbnail und auch im titel galt eigentlich den neuen community tab muss ich sagen ihr seht ich habe mein kleint ja immer auf englisch das lag bisher immer daran dass es hier die news gab die kennt ihr es gab die events die kennt ihr auch und es gab for you das kennt ihr nicht wenn ihr den client auf deutsch habt da gibt es das nämlich nicht in vielen anderen sprachen gibt es das allerdings finde ich ganz gut ist eigentlich so ein kleiner guide wenn man ein neues townhall beginnt beziehungsweise da rein kommt und jetzt nicht genau weiß was habe ich denn neues was kann ich da machen und so weiter da gibt da gab sie immer eigentlich ganz gute tipps und tricks kann man immer mal reinschauen und es gibt ja jetzt hier oben den community tab und ja ich habe mir schon gedacht dass mich jetzt nicht nur englisches erwartet hier muss ich sagen denn es gibt natürlich auch weltweit viele viele leute die videos machen und mit einem klick auf more kommt hier richtig viel zusammen einige kennt ihr vielleicht weiß ich nicht ich kenne so den ein oder anderen mittlerweile aber ob ich jetzt unbedingt chinesische videos gucke ist schwierig ist schwierig muss ich sagen sind natürlich viele viele guides das heißt also so viele taktik das ist jetzt nicht so so meine kanalgröße also ich kann sicherlich auch taktiken ich kann sicherlich auch mal was zeigen weiß ich nicht ob ihr mal bock drauf habt so 19 bin ich im moment recht gut aber was so 11 12 angeht 11 habe ich im moment gar nicht 12 habe ich hier jetzt gerade am start und 13 geht auch aber da jetzt ist das rad neu erfinden was andere schon erfunden haben weiß ich nicht ich kann sicherlich ganz gut nachmachen ich war hier nur ein bisschen verwirrt dass ich gedacht habe naja torsen stellst du mal den client auf deutsch dann wird ja wo auch mal was deutsches hier kommen also gesagt getan einmal hier auf deutsch geklickt vielleicht finden wir ja auch mal ein video von mir und wenn es kein taktik guide ist es vielleicht irgendwas anderes mal gucken wir mal rein also einmal den client auf deutsch gestellt nicht da sondern hier und ihr seht dass hier dieses die eine registerkarte oben gibt es nicht es gibt also neues ereignisse und auch community und jawoll videos von itzo pecker smash ist schon ein bisschen älter dominates townhall 12 ich habe auch überlegt ob diese folge hier nicht heißen könnte wie deutsches deutsch eigentlich oder gibt es gar kein deutsch mehr weiß ich nicht da ist auch ist auch in deutschland alles so international geworden dass das deutsch gar nicht mehr so rüber kommt und wir gar nicht so viele leute haben die videos machen die live streamen die täglich content bringen es ist die szene in deutschland ist relativ klein ja glaubt man gar nicht wenn wenn immer auf twitch euch da mal ein bisschen umschaut da gibt es immer wieder welche die so ein bisschen da auch stream leute die dann eher videos machen gibt es dann tatsächlich nicht so viele die also hier auf youtube ihre tagesvideos bringen von was auch immer ich mache ja auch immer so ein bisschen aus dem bauch raus sowie auch diese folge aber man kann da immer darüber diskutieren ist das jetzt in ordnung ist das jetzt der tolle neue hype hier ich kann jetzt direkt von hier aus in die videos von itzo springen oder auch von korrupt youtube oder auch von carbon fin ok der ist aber jetzt mal so richtig nicht deutsch ja weiß ich nicht und dann gibt es hier nichts mehr hier gibt es nichts genug gescrollt hier gibt es nichts mehr zu sehen alt habe ich jetzt viel gescrollt deshalb wohnen wird supercell oder finde ich also in allen anderen sprachen ich habe auch scherzhafterweise mal auf eine ganz andere sprache gestellt soomi was ist da denn so gibt was müssen die sich denn anhören die müssen sich sowas ähnliches anhören wie hier beziehungsweise ja die sehen eigentlich auch aus allen sprachen etwas da ist spanisch dabei da ist englisch dabei und mit laut mohr gibt es dann auch hier im unteren bereich auch die videos die wir eben schon gesehen haben russisch erkenne ich da jetzt habe ich da mal drauf geklickt da kommt man natürlich auf den kanal und kann hier sicherlich mal schauen was gibt es denn hier eigentlich gibt es hier cool content auch wenn man ihn ja manchmal nicht versteht kann man ihn ja sicherlich auch in wort und bild beziehungsweise im bild dann ganz gut interpretieren so will ich das mal sagen könnt ihr mir mal gerne in die kommentare schreiben was ihr davon haltet also ich lasse mein client in jedem fall wieder auf englisch stehen denn das ist so ja ich mag das einfach weiß ich nicht vieles hat sich leider auch bei mir so ein bisschen eingebürgert dass es es zum englischen hingeht und ich auch um englische foren lese der discord von supercell is only english und irgendwann gewöhnt sich daran kommt dann kommt man auch ganz gut rein aber so richtig komme ich in die zwölferdorf nicht rein ich sollte mir vielleicht mal ein paar taktik videos angucken naja egal aber man klar hat es ein bisschen besser gemacht im moment bin ich clan klankriegs los also im moment spiele ich gar keine klankriege ich bin rot das hat den einzigen hintergrund ich hasse rathaus nicht ich hasse rathaus sondern ich hasse 10er klankriege und kleiner ich mag sie einfach nicht es gibt einfach zu wenig chancen und wenn es dann dann sogar noch ein kleines mismatch oder so gibt dann ist das immer zum scheitern verurteilt in dem moment wo der klankrieg eigentlich startet und es ist es ist sehr schwierig also ich hätte die ganze zeit auch auf grün sein können aber irgendwo habe ich habe ich ich habe es nicht ich habe es nicht eingesehen vielleicht tut mir so eine pause auch ganz gut vielleicht tut mir eine pause auch ganz gut ich war jetzt eher selten auf dem account hier drauf und auch überhaupt im klaren herausforderer aber hier machen nach wie vor viele leute ihre helden und das soll die leute nicht aufhalten das ist deren gutes recht nicht hier immer irgendwelche marken zu verballern oder gems raus zu hauen oder was auch immer sondern die sollen natürlich ihre helden level und dementsprechend sollen sie dann auch nicht an den klaren kriegen teilnehmen so nach dem motto naja kommt mit meinem kinder hole ich irgendwie ein stern oder so das hilft nicht das hilft ja nicht das wisst ihr selber und dann lieber aussetzen und mit allen helden dann wieder voll dabei sein ich denke mal wir sind jetzt so knapp kurz vor 40 leute also so ein paar passen hier noch rein ich weiß auch gar nicht was wir tatsächlich suchen steht nicht in der klaren beschreibung drin was wir hier eigentlich tatsächlich suchen aber ich glaube gerasht accounts gibt es hier nach wie vor nicht es gibt auch keine engis oder engineered accounts in den bereichen 19 und 11 und da muss dann das gefühl auch immer passen wir lehnen hier auch immer gerne ab also der eine oder andere möchte hier dann ja auch mal rein ist auch gar kein thema es gibt genug clans wo ihr dann irgendwo eure neue heimat findet oder so aber hier ist es hat sich schon stark herauskristallisiert dass das hier schon so ein stammclan community clan ist nicht alle kennen mich hier denke ich mal das ist auch gut so das soll jetzt auch nicht irgendwie irgendwie polo wirken oder so aber es kann ja sein wenn der ein oder andere denn doch merkt hier geht irgendwas anderes im clan dass das dass die dann ganz ganz komisch werden weißt du so wollen unbedingt dem video auftauchen schreiben 1000 mal rein kannst du meinen angriff aufnehmen guck mal der ist geil und so ja kann ich alles machen wenn du wenn wenn ihr mir mehr tag als mehr mehr zeit als 24 stunden am tag gibt mach ich alles also so nach dem motto der tag hat 24 stunden und wenn das nicht reicht dann nehmen wir noch die nacht mit dazu also ich kann auch nicht alles festhalten auch jetzt aus den neuen community clan was heißt neue community clan ist gar nicht der neue free to play clan da werde ich auch nicht 100 folgen in der woche bringen oder sowas da werden wir sicherlich immer mal wieder reinspringen aber es wird immer so ein bisschen unterschiedlich sein renovatio ist schon ein bisschen länger hier und warum geht sie nicht weiter warum kann ich den angriff nicht gucken warum kann ich den angriff nicht von renovatio ach ok des youtubers leid scheiße des youtubers leid hier sehe ich gerade okay da war wohl eine wartung da stimmt es war eine wartung stimmt es war eine wartung mit den kanonen die jetzt die zehn treffer punkte mehr haben mit dem community tab und auch dass die jesus meister also die kleinen mini-jetis die da aus dem korb kommen von den yetis keine fallen mehr auslösen stimmt 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 aber ich jetzt gerade wieder voll vergessen dann ziehen wir uns den vom master hier rein master konnte hier dippen auf die war ich will sie mal so so halb ringen halb box basement nennen hier kannst du schön schöne kompartner ist eigentlich rausnehmen mit deinem mit deinem killscott wenn man den gut funnelt der master funnelt hier nicht ganz so schick hier geht alles oder ganz ganz schön viele truppen latschen auch außen rum vielleicht auch gar nicht so schlecht ich meine queen ist jetzt mit mit dabei da hat er ein bisschen glück wegen dem in dem elektro drachen so aber so lange wie der im gift ist ist ja auch nicht so wirklich gefährlich und er darf halt nur nicht einmal schießen dann wird es doch ein bisschen bisschen kritischer aber ich glaube für so ein dip hier reicht das immer mit mit inferno thürmer auf 1 und sprung zauber hier nochmal in der hoffnung dass sie jetzt ein bisschen rein geht da werden auch ein paar truppen werden auch einspringen klar die werden sich davon der von der defensiv jetzt rein ziehen lassen gut noch mal mit dazu und dann ist ja auch das letzte kompart mit eigentlich eigentlich weg da hinten ist noch ein x bogen aber die masse macht dann natürlich hier beim ratus 11 und er ist auch schon maxed sehe ich gerade helden alle durch truppen sind glaube ich auch so weit durch base braucht vielleicht noch ein bisschen und ja so ist die entwicklung hier bei clash of clans also leute werden fangen hier als 10er an plötzlich ein jahr später sind sie zwölf und rocken hier dann kurz vor 13 mit ich bin mal gespannt wo das ganze noch so landet auch mit meinen anderen rathäusern im moment gibt es einfach bei mir so ein ganz verwaistes rathaus komme ich aber ich wollte gerade sagen komme ich im laufe der woche noch zu ne komme ich nicht im laufe der woche noch zu denn die woche ist ja so ziemlich rum würde ich sagen und das heißt also wir gehen jetzt schon ins wochenende und ihr geht bitte mal wieder meine streams rein ich blende euch kurz einmal den link ein oder den link rein dann wisst ihr wo es hingeht auf twitch tv schräger toto clasht dort haben wir wieder ab freitag also am freitag am samstag und vermutlich am sonntag sonntags weiß ich das nicht so genau dann mache ich das immer spontan das steht auch nicht im planer wenn ich bock habe habe ich bock wenn ich zeit habe habe ich zeit und wenn das nicht so ist dann ist es halt nicht so dann muss man das auch hinnehmen und muss dann nicht fragen kommt heute auch ein stream manchmal weiß es halt nicht ist dann auch gerade sonntags ist das mal kurzfristig entschieden nach so harte nach 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 so harten gewalt spaziergänge und so bin ich dann auch abends er gewillt mal richtig die füße hoch zu legen um zu sagen okay neue woche kann kommen alte woche ist rum und der hat guten loot für uns hier ist auch noch nicht ganz so stark obwohl drei drei hatte ja auch aber ich bin im moment recht hoch in der liga da außen eiert der worden drum und da außen was das eigentlich so eine headspace hier okay jetzt die line dann machen wir nicht mal also wir machen nicht mal platt hoffentlich wir machen ich auch hoffentlich mal platt ich weiß nicht ob es gelingt aber mal sehen wo meine queen jetzt hingeht die gegnerische queen stand schön außen richtig schönes clanspiel ne queen mache 100 level von einer queen das war jetzt nicht 100 level aber das das war schon so ein bisschen was okay dann glaube ich geht die queen jetzt weiter richtung 9 uhr dann können wir hier einmal mit unseren king so ein bisschen was machen und ich habe ein paar mauerbrecher dabei auch jetzt geht sie doch zurück das kotzt mich immer so an wenn die wieder zurück geht lup de dub de dub da queen die ruhig wieder zurück wir freuen uns auch dass du das tust okay dann machen wir das mal einmal zwei hier und zwei meiner schon mal da gesetzt Queen, ich gebe dir ein paar Mauerbrecher dann hast du es nicht ganz so einfach, aber die Maschine ist da schon durch die erste Mauer durch jetzt kommen wir durch die zweite Mauer auch schon durch dann braucht die Maschine da nicht ganz so viel aufmachen, aber die geht natürlich nach wie vor durch die Mauern durch die Queen einmal geraged, dann haben wir das Dunkle schon mal und jetzt kommt es drauf an von wo wir eigentlich unsere Miner schicken ich glaube der Bogie da hinten ist ein bisschen über, oder? dann machen wir das mal so, wir nehmen mal den Boden hier mit rein und die Miner und einmal die Miner, oh meine Queen hier unten, die darf mir nicht wegsterben aber macht es auch nicht okay, aber mein Boden, oh okay mein Boden war jetzt gerade im gefährdeten Bereich, sehe ich gerade ei, 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 den hätte ich vielleicht doch nicht ersetzen sollen sondern vielleicht doch ein bisschen bisschen später und hier können die jetzt mal in der Mitte ein bisschen Trouble ein bisschen Wut machen oder in Wut kommen, aber ich brauche ja eigentlich beim Farmen hier nie so die Mitte und das Rathaus allerdings muss ich jetzt auch gewinnen habe ich aber auch schon gemacht wunderbar, vielleicht noch den Adler für die Adler-Tart, wäre ganz nett der ballert auch immer noch, ah toll naja, Helden gehen ganz schleppend auch hier hoch 58, 23, 50 seht ihr, ich komme hier so ein bisschen nicht nach im Rathaus Zwirberdorf erinnert mich bitte mal in den Live-Streams dran dass ich auch dieses Dorf mal ein bisschen bespiele auch wenn es nur Farmen ist oder ein bisschen Pass ist oder demnächst kommen ja jetzt die Clanspiele kommen jetzt glaube ich erst vor der Liga also auch da werden wir dann wieder interessante Angriffe sehen mal sehen, vielleicht auch mal eine Taktik-Folge dass ich mal im Community-Tab auftauche wäre richtig schick wenn auch ich dort mal abgebildet bin mit einem Video wo die Leute dann draufklicken in meinen Kanal reinkommen, mich abonnieren mich liken und einen Daumen hoch da lassen ich hoffe das lasst ihr auch am Ende dieses Videos das übernehme ich jetzt schon angelangt das soll heute mal gar nicht so lange gehen denn wir sehen uns heute Abend ja schon im Live-Stream also Link nochmal unten in der Beschreibung und eben habt ihr auch gesehen ich will hier die jetzt erstmal ein bisschen weiterbauen einfach mal ein bisschen vielleicht auch mit meinen üben jetzt habe ich die oh jetzt habe ich die andere Karre weggegeben okay ist egal naja also wenn euch das Video gefallen hat lasst mir einen Daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns in weiteren Videos bis dahin schönes Wochenende euer Toto Flasht